Ja, ich bin wieder mit Margret Kopp zusammen und Margret, wir haben jetzt Oktober. Warum Weihnachten im Oktober? Ja, heute laden wir unseren Weihnachtscontainer. So ein Container, der ist ja eine Zeit lang unterwegs. Der geht von hier erstmal per Zug nach Hamburg, wird dort aufs Schiff verladen, schwimmt dann bis nach Lomé und braucht dann natürlich in Lomé auch, bis wir ihn aus dem Hafen rausgeholt haben und wir mit der Verteilung dann der wertvollen Sachgüter anfangen können. Deswegen müssen wir da schon eine längere Vorlaufzeit einkalkulieren, damit die Päckchen rechtzeitig zu Weihnachten bei den Empfängern in Togo ankommen. Was für Pakete sind das diesmal? Also diesmal sind natürlich ganz viele Weihnachtspakete für die Patenkinder dabei. Wir haben ja 700 Patenschaften, die wir zurzeit in Togo betreuen. Das sind Kinder, die in einer extremen, schwierigen Lebenssituation sind und denen wir durch die Patenschaft helfen, dass sie in die Schule gehen können und dass sie einigermaßen gut auch in der Familie betreut werden können, zu essen bekommen, Bekleidung haben und so weiter. Und die Paten haben ja einen persönlichen Kontakt zu ihren Kindern und schicken sehr gerne zu Weihnachten dann auch mal ein Päckchen. Da sind dann Schulsachen drin, auch mal Spielzeug für die Jungs, ein Fußball, das ist das Allergrößte. Und diese Päckchen brauchen natürlich auch ihre Zeit und damit sie dann rechtzeitig zum Weihnachtsfest die Kinderaugen strahlen lassen, müssen wir sie heute schon auf den Weg schicken. Jetzt ist der Container ja nicht nur voll mit Geschenken, sondern es sind ja auch noch Hilfsgüter dabei. Was habt ihr diesmal im Programm? Also wir haben diesmal ganz viele medizinische Hilfsmittel und zwar haben wir eine ganz große Aktion mit Unterstützung von bayerischen Ärzten. Wir wollen Hüftoperationen durchführen und das ist eine ziemlich aufwendige und anspruchsvolle Sache. Da brauchen wir dann auch die entsprechenden Geräte und das entsprechende Material. Und die Hüftoperationen sollen Anfang Januar stattfinden. Da müssen wir auch die Sachen eben rechtzeitig nach Togo schicken. Da ist ganz viel Material jetzt in diesem Container. Es wird ein Techniker dann auch im Dezember noch nach Togo reisen und den OP-Saal entsprechend ausrüsten und die Geräte einrichten, damit die auch wirklich laufen. Falls noch irgendwas fehlt, dass wir auch noch ein bisschen Pufferzeit haben, um nachzuschicken. Und dann werden wir im Januar mit einem Ärzteteam nach Togo reisen und Hüftoperationen durchführen für mittellose Patienten vom Land. Perfekt. Januar 2019 bedeutet aber auch, es gibt einen neuen Togo-Kalender 2019. Oder fällt dir dieses Jahr aus? Auf gar keinen Fall. Wir haben ja ganz viele, die schon warten drauf, dass der Platz, den der Togo-Kalender in ihrer Wohnung einnimmt, auch im nächsten Jahr wieder besetzt ist. Wir haben also einen wunderschönen Togo-Kalender wieder aufgelegt. Es sind alles eigene Fotos, die wir bei unseren Reisen aufnehmen. Wir haben Sponsoren. Auf jedem Monatsblatt befindet sich ein Sponsor, der uns hilft. Die vielen Sponsoren helfen uns, die Druckkosten zu finanzieren, so dass wir den Kalender gegen eine Spende von 5 Euro abgeben können. Und die 5 Euro fließen zu 100 Prozent in unsere Kinderhilfsprojekte. Und da können wir dann einfach auch einmal spontan auf einen Notfall sehr schnell reagieren und haben ein bisschen ein Budget, um Kinderhilfsprojekte zu unterstützen. Und da, wo noch ein bisschen was fehlt, eben zu schustern zu können. Ihr verkauft den Togo-Kalender aber auch gerne in großen Mengen an Firmen, die quasi das als Weihnachtsgeschenk nehmen wollen? Sehr gerne. Also wir können auch größere Mengen zur Verfügung stellen. Bestellung genügt bei Aktion PIT auf der Homepage. Die Adresse ist? www.fit.de Genau, wunderbar. Ganz einfach. Und da kann man also den Kalender bestellen oder man kommt direkt ins Togo-Haus nach Maisach und holt sich die gewünschte Menge direkt ab. Perfekt und herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön.